Und damit herzlich willkommen zurück hier am geil geladenen Reaktor mit dem Überlebenskünstler Michael Freeman Cooper mit gerade mal 8 Energie, aber fetten 30% auf unseren Anzug. Geh, der ist doch immer und die Grünen drehen sich. Wer holt den oder? Wo ist die Helle? Boah, fickt die Helle. Ihr wisst, was jetzt folgt? Spiel speichern. Oh yeah. Wir haben nicht mehr viel Energie. Okay. Können wir die kaputt machen? Okay, können wir nicht. 12. Das ist wenig. 20. Das ist auch scheiße. Okay. Okay. Äh. 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 So geht's jumpen oder? Okay. Vom Ciel. Vom Ciel. Vom Ciel. Okay, das klingt wohl nicht. Nee, nix versteckt. 20. Ach, bums doch die Reise. 12. Gehen geht wenigstens nicht leer. Ey, alter. Fick die Helle. Alter. Ja, was geht? Alles klar, ab durch die Mitte. Das Arschloch! Der verscheidt... Hinterher diesem Arschloch. Na geil. Und alle. Ach, hier Entlese. Na ja, wir speichern trotzdem, oder? Dit ist ja... War ja klar. Okay. Das Ding ist ja... Bin ich denn hier gelandet, Alter? Alter, wo bin ich hier? Ist scheiße laut! Da sind die mit das Grüne, kommt hier raus! Oder? Scheiße! Scheiße! Da kann man sicherheitweise speichern. Okay. Okay. Okay, wir sind... Wir reskieren es mal in diesem Dimension zu tun. Wollen wir es auch machen? Ne. Okay. Okay, ist ein bisschen Ausgänge. Alter, okay. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Komm! Ah! Guck mal. Musst du irgendwo einen Trick geben. Irgendwo musst du einen Trick geben. Ah. Ach, ich bin doof. Ich hab die aufgemacht, oder was? Ich hab's kapiert. Ah. Das ist ja geil. Das ist ja richtig geil, Alter. Können wir die alle anlocken? Meine kleine Schnubbelwaffe, hm? Das ist ja cool. Ich dachte... Kann die damit... Scheiße. Ah, die Klappe. Ah, die Klappe. Mit was haben die ja verdammt nochmal rumexperimentiert? Mit was haben die ja verdammt nochmal rumexperimentiert? Ja. Okay. Leck mich eine Puppe. Okay. Und tot. Und jetzt? Wir müssen da rein, oder? Scheiße. Okay, wir lassen das mal. Mit diesen Dingens. Waren sie es in dem richtigen Moment? Ah, okay, okay. Okay. Hey, ja. Die sind völlig in Ordnung, mein Freund. Und... Ist der rein? Port 2. Wie? Okay. Okie dokie. Ist der hoch? Fucking shit. Wie mach ich das? Wenn man dasselbe braucht? Äh... Äh... ... Vielleicht ist hier eine Karte von dem Typen. Scheiße. Hier bin ich. Ich muss auf Level A. Okay. Level C, ne toll. Ja, ne? Jetzt machen wir den Scheiß schon wieder. Wir machen wir das mal. Dann machen wir das mal. Okay. Da... Da... spiel speichern okay so einfach kann es sein okay fucking shit Das ist mein Laufbebe. Entschuldigung. Ist er weiter hoch? Scheiße. Ich muss nur wieder auf Level A kommen. Aber wie? Hm. Hm. Warte mal, da standen doch Zahlen an dem Teil. Oh, du hast mal gute Waffen gemacht. Port... Ach, das sind... Port 2, Port 3... Ei. Warte, 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 warte. Scheiß, Feuer. Ha! Was ist hier reingehört? Port 1? Port 2! Port 3. Mir gehen jetzt alle mal durch. Wir haben mal einen Port 1 rein. Portel, Portel, Portel! Hallo? 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 Das ist schon mal. Weißt du, wir haben uns die Hände aus. Nun. Urla. Weißt du, dass du nicht. Alter, scheiße, die Mistviecher, also Port 1 ist scheiße. Ey, ja. Mistviecher, die Linde. Alter, nerven die echt. Port 1, kacke. Dann war das Port 2 oder was Port 3? Alter, man könnte meine... Die kleinen Mistviecher haben meine Energie unterbrochen. Ich kriege nicht. Okay, Port 2. Tja, das ist mir dann Bescheid. Ist klar. Port 2, mit was fangen wir jetzt an? Port 4. Das war ein solches Glück. Boah, geht's ja weiter hoch. Port 4. Port 7. Port 8. Hier, wir gehen mit Port 7. Mal sehen, wo rauskommen. Alter, ist das fies. Fucking shit, wo bin ich denn jetzt? Alter Verwalter. Leck mich an, der Bub. Aber sonst, wie sag ich dir. Naja. Aber ich würde sagen... Wir müssen dorthin bestimmt. Aber wie es weiter geht, das seht ihr dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Let's Play Half-Life. Das Original aus dem Jahr 1998 mit dem Michael Freeman Cooper. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt aufs Glöckchen. Und ansonsten, bis hierher, sagte Michael Cooper. Ciao, Ili. BisPL�� BisPL�� bisbel bisi. Bis diesel 甜